Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18, unsere Online-Session, Freundschaftssession. Ja, mit dabei ist wieder Mr. Insta. Hallo Janik. Ich dachte, jetzt kommt Mr. Köln, Alter. Hast du dich schon erholt von dem 2 zu 10 eben gerade? Ja, ich hab erstmal ein Glas Ziegenmilch getrunken und dann lief das Ganze schon wieder. Ja, ich würde sagen Janik, bist du bereit, um nach rechts zu drücken? Ja, sag du mal Stopp. Ja, okay. Augen zu und durch würde ich sagen. Ähm, Stopp. Wolfsburg. Wolfsburg. Okay, es geht nicht. Okay, weiter nach rechts. Stopp. Hertha. Gladbach, Digga. Spannendes Spiel auf jeden Fall. Ja, also würde ich auch sagen. Ich spiele in grün. Dann spiele ich hier voll blau. Sieht man gut eigentlich wahr? Ne, oder? Ja, doch, doch, doch. Ich spiele in rot-blau. Oder in rot, oder ist dir überlassen. Ah, guck mal. Machen wir so. Gut weiß. Ja. Und starken Spielzeiten, na okay, hat er jetzt vielleicht nicht so, aber auch Gladbach hat auch ein bisschen geschwächelt. Aber ich würde sagen, das wird jetzt eigentlich so ein spannendes Freundschaftsspiel, oder Janik? Ja, ich hoffe spannender als das letzte. Nicht so einsätig wie vorher. Ja, lol. Hallo Internet. Da gehen die Grüße auch erstmal raus an EA an der Stelle. Kauft euch mal bitte bessere Server. Ohne Witz. Das ist so traurig. Ich habe eine 50K-Leitung. Ist ja auch nicht so, dass ein mobiles Problem haben, muss man sagen. Ich habe eine 16K-Leitung und die läuft richtig stabil. Ah! Ich wollte gerade sagen, da dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Ich habe bei keinem Spielproblem im Internet, außer bei EA Online-Session. Und jetzt sind wir Fortnite. Das ist ja eh auch schon auf, muss man sagen. Also Steffen übernimmt hier gerade die Party und ich mache das Spielhost. Und auch wenn Steffen jetzt das Spielhosten würde, haben wir schon alles ausprobiert. Dann ist das genauso scheiße, um es mal so zu sagen. Also ich verstehe das ernsthaft nicht. Stark. Boah. Ah, komm, schick ihn mal. Ja, schön. Jetzt hast du wenigstens meine richtige Abwehr. Ja, das ist der Raphael hier, der Extertana. Ja, das ist jetzt hier. Raphael. Ja, das ist jetzt hier mal schön, dass man hier mal wenigstens jetzt mal was Stabileres hat. Also, ich glaube, jede Abwehr war stabiler als Köln. Oh, alter, Jahrstein. War es hier überhaupt Jahrstein? Ja, wa? Und dann Leck. Leck, Leck, Leck. Leck, Leck? Mh, war irgendwie, dass man sich auch immer nicht hören kann. In der Zeit verstehe ich auch nicht ganz. Hm. Also, ich weiß echt nicht, woran es liegt. Nein! Ah, habe ich zu lange gebraucht, dem Stoppen. Ah, scheiße. Höh. Äh, ne, 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 wollte ich was sagen. War kein Öl, war. Muss ja auch wehtun, gegen deine eigene Lieblingsmannschaft zu spielen. Ja, na klar, tut sowas immer, weil man will eigentlich, also, dass sie, dass sie nicht verliert, weißt du? Hm. Aber man will halt auch selber gewinnen. Oh, alter, das war riskant. Nein! Fuck. Ach, das ist doch richtig scheiße. Mal im Schiff zu spät reinkommen, also müsste ich gelb zugeben. Gibt's jetzt gelb? Ja, ja. Grüße, Dennis. Für den Dennis, also, grüße gehen raus, Dennis. Genau, grüße gehen raus an Dennis. Also, wenn du gerade Dennis heißt, grüße gehen an... Ah, scheiße! Wir grüßen jetzt jeden Dennis. Hm. Aber ich müsste mir mal ein Top-Chartor-Jubel wieder merken, ich hab mir damals nur diesen Scheiß-Deb-Müchen gemerkt, irgendwie. Nur schuck mal, ein, zwei, vier. Was ist denn das? Oh, der war sogar noch dran. Telefon, Telefon, Telefon! So. Na, ich geh mal wieder auf Offensiv hier. Das hab ich auch gerade hingestellt. Ah, der ist so ein Fehlpass hier. Wupp. Da steht immer einer von dir im Weg, Alter. Das gibt es gar nicht. Doch, bei Roller. Hat der nicht gesagt. Hat der nicht gesagt. Junge, was machst du denn da? Spiel doch mal. Ja, komm, lauf du, ey, gewinne die Scheiße. Ach, schade. Oh, Alter, alter, der Ding. Der köstlich. Ah. Oh, da geht nichts aus. Okay, bleib Mitte, bleib Mitte, bleib Mitte. Schön, Kuiper. Ach, schade. Mann, eigentlich hatte ich mal damals echt eine Menge Tore so gemacht. Der geht immer zu sehr auf den Torwart, ist das Problem. Oh, no. Alles klar, Herr Kommissar. Nein, was? Oh, mein Gott. Nice. Jetzt macht es mir auch mal Spaß wieder, ey. Richtig reingesweatet worden. Das war ein... Sweetie. Das liebt es nicht, Alter. Den muss man als Verteidiger rausknallen. Den darfst du nicht durch die Beine rutschen, Alter. Alter, wohin spielt der denn? Schieß mal hier ab, ja. Oh, scheiße. Scheiße. Guck mal jetzt. Zack, zack, drrr. Na, drrr. Drrr. Alter, scheiß ich kann gar nicht das R-Roll in den Drrr. Oder doch jetzt. Drrr. Im beschwerten Anstoß würde kein Mensch in Wirklichkeit machen. Du kannst ja mittlerweile auch alleine einen Anstoß machen. Ich weiß aber gar nicht, wie. Ach, nein, Alter. Der Ball gleich wieder weg. Oh, scheiße, ey. Alter, ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen... Inhalter versprungen. 2-1, Jungs, kommt. Ich lopper an euch. Schöner Ball. Bei Zweikämpfen, muss ich ja mal sagen, finde ich, Hertha ist da stärker. Ja. Die alte Däume. Kann gut aus sein. Also, ja, würde ich schon auch sagen. Bei Zweikämpfen hast du die Eindeutung stärker. Viel besser im Spiel auch. Finde ich als Gladbach hier. Finde für eine Fehler. Schön. Das war viel zu einfach. Viel zu einfach. Wird er ja eigentlich nicht um... Leiser Tor-Jugel. Ist mir jetzt so nebenbei. Ja, ist er. So, ich mach mal Pekarek rein. Der Rehkick hat seinen Job schon gut gemacht, aber der Pekarek ist immer noch besser ein bisschen. Ich mach da Eigentor, weißt du. Das wär's. Ich sag, ich will ja nicht Timo Horn hier nachmachen, ey. Loll, Freistoß. Mach mir das Hörnchen. Oh. Oh, da wollte ich gleich nochmal nachlegen. Alter, hat er den da reingeballert, ey. Heilige Scheiße, ey. Der hat aber... Alles klar, ey, wie schnell ist denn der? Kalüschchen. Hä? Alter. Da hab ich dir alles auf eine Karte gesetzt, Alter. Scheiße, der kommt richtig blöd, glaub ich. Ja, der kommt absolut scheiße. Boah, wenn da jetzt ein Spieler wäre, ich könnte sowas von krass einfach abziehen. Alter, lassen sich hier leicht ausspielen. Oh, Alter, der war richtig nett. Alter, der hat ja richtig Rums. Da kommen noch mal Järmann rein. So, ich hau mal Davy Selke noch rein. Der Schwänze rutschen gehen sollte. Oh, ja. Ach so, ich dachte ich habe. Ich weiß nicht, ich dachte ich auch erst. Das wäre ich ja noch rangegangen. Als ich zumindest probiert. Ach, der kommt wieder viel zu sehr... Oh, wow. Hä, lol. Ich dachte eigentlich, ich habe Absturz. Alles klar. Oh, Alter, wie, was der für einen Ansprung genommen hat, einfach gerade den Kopf voll machen wollte. Auch schön. Alter, der spielt aber auch erst. Der hat auch eine Bambusleitung wie der Controller gerade, Alter. Also, muss man schon mal sagen. So verzögert, oder wie? Ja, also, ich habe eben gerade Dreiecke, äh, der X gedrückt. Alter, scheiße, wer der reingelt. Der, der... Der ist ja dann schon verzögert. Oh, ihr, Digga, was machst du denn da? Das zuvorkommen, dass ein Spieler vor dem Ball kommt, das habe ich auch so oft bei dir einfach. Das kotzt mich dann auch immer richtig an, muss ich sagen. Dann kommen die einfach zuvor. Also, ich weiß auch nicht genau, was man da machen soll. Die machen das jetzt im Gefühl ja automatisch. Äh, scheiße. Falsche Tastwürde. Alter. Okay, der war auch. Sehr gut. Guck mal, dieses hier, das, okay, das ist schade, jetzt ist es mal nicht zu sehen. Digga, das kommt mir so falsch, wir würden es automatisch machen gerade alles, so, weißt du? Übel schwer bei der Abwehr gerade durchzukommen. Nein! Oh, Alter! Jetzt haben wir einen aufgerettet. Oh, der kommt gut, der kommt gut. Ach, den hat er weggefaustet. Alter, geh doch mal richtig zum Kopfball. Die sind ja, als hätten die null Füßes, die Spieler von Gladbach. Die verliehen jeden Kopfballduell. Guck mal, jetzt ist er schon wieder zuvor gekommen. Das ist das, was ich meine. Das kriege ich sonst nie auf die Reihe. Ich habe keinen Plan, wie die das machen. Aber gefällt mir. Ich glaube, das ist, wenn du auf hohen Druck spielst oder so. Den habe ich gerade richtig dumm gemacht. Alter, das gibt es nicht. Ich kriege nicht mehr einen Torschuss auf die Reihe, Alter. Das ist schlimmer als Köln gerade hier. Ja. Ohne Witz, Alter. Aufsäge, sauber. Nein. Kommt nochmal ein Trefferchen. Alter, pfeift der. Ist er aus oder ist er jetzt nicht? Aus. Aus, Leute. Ja, diesmal kein Sieg hier für mich. Kein 2 zu 10 für mich. Schade, schade. Janik hat jetzt diesmal... Ich habe nicht sogar noch weitergespielt. Das hat Bock gemacht. Also Janik hat ja auch zu... Ja, na klar, bei drei Entführungen. Nein, also Janik hat hier verdient gewonnen mit Hertha BSC. Gladbach einfach mental nicht auf dem Platz gewesen. Sie sind zumindest in die zweite Halbzeit total schlecht. Und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst auf jeden Fall wieder Bewertungen da. Schaut wieder in der Beschreibung vorbei. Da ist der Janik verlinkt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschö, bitte.